Hallo und herzlich willkommen hereinspaziert bei der Kovenwille. Wir haben ein wunderschönes Herbst am Winter, wie man das sieht. Da gegenüber ist unser Schachbrett mit Tischtennis, also einfach große Grünfläche, Wiesen, wo man mal rausgehen kann. Man kann da drüben einen kleinen Wald reingehen. Das ist eine Kapelle, aber wir schauen jetzt mal zur Rezeption. Mit einem Glashalt Birnensaft und einem abschließenden Schwenk über unseren Garten mit Biotop darf ich mich verabschieden und hoffe, ihr kommt alle ganz bald und schaut euch das selber nicht mehr an bei uns.